Hallo Leute und Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Hallöchen, Chris! 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 Hallo! Hallo! Himmel an, Chris! Jetzt muss ich mein Mal aufmachen. Ja. Perfekt. Du, wir müssen mal reden. Du, wir müssen auch reden. Darf ich als Erster anfangen? Ja, fangst du gerne als Erster an. Wir haben keinen Server mehr. Ich weiß nicht. Ich hab nicht gezahlt, aber wie ich Lauren verstanden hat, konnte er noch ein Backup retten. Er konnte das letzte Backup was... Er hat noch mal alles runtergeladen, also ich hab auch noch mal alles. Er hat auch komplett alles. Ja, ich hab auch noch mal alles. Ich hab jetzt auch, ähm... Morgen wird der Steuer wieder verlängert. Brauchst du noch, ich hab's noch einen. Ich hab heute Geld bekommen. Wie? Ja, ich hab heute mein Geld bekommen. Hä? Ich hab jetzt geguckt, dass ich einen Server gekriegt habe. Und ich hab einen Server, der dauert noch eine lange Stunde zu vertreiben. Das wäre, 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 die wichtiger wäre, mit dir zu reden. Ja, tut mir leid mit dem TeamSpeak. Ey, hier. Ähm, du Kack. Welche TeamSpeak-IP? Scheiße, stimmt ja. Er kann ja nicht auf diesen Team kommen, weil er die IP nicht hat. Wer? Ja. Ja, du. Ja. Und ich warte. Und warte. Und warte. Und warte. Ja. Hast du das gemerkt? Endlich mal. Ja, und dann geh ich im WhatsApp. Oh. Ich wollte auch noch mal mit dir reden. Es gibt wirklich noch was ganz wichtiges zu besprechen. Ist das was Schlimmes? Für dich vielleicht, für mich eher weniger. Ähm, ich hab den Server nur gemacht, um euch noch mal zu helfen und Server zu machen, weil ich finde einfach, an mir Platz. Irgendwie in letzter Zeit alles hängt. Ich soll machen, ich soll tun. An mir platzt der ganze Server, der ganze Moniz hängt und ich will mich irgendwie alleine gelassen. Ich will mich irgendwie, wir haben Bilder gelassen, mich im Stich, wir haben Leute, ich soll ein Baum helfen und keine Sau macht irgendwas. Und er wird auch einfach sein nichts mehr. Ähm. Ich wollte dir alles ganz sagen, wenn man so möchte. Ich bin daran überlegen, weiß, aber ich trinke nicht und... Alles. Das kannst du wieder rausgehen. Ganz kurz, äh, ich wollte nur sagen, dass ich jetzt reinschauen darf. Also ich habe, was habe ich mir nur gefragt. Ja, ich stelle in Stream und... Ja, da stelle ich danach ein, okay. Und du sollst die, äh, wie heißt das? Äh, äh, die Channel-Namen umändern. Da steht, ja, Server in HB und nicht Server in HBR. Server in HB. Ja. Ja. Ja, das habe ich nicht so eingestellt. Ja, mache ich danach auch. Okay, gut. Ciao. Jo, ciao. Verpiss dich doch, Alter! Also heißt es, du möchtest aufhören? Bitte? Du möchtest aufhören. Äh, aufhören ist ein falsches Wort. Ich sag mal so, was bringt's? Weil weder Meierlin macht irgendwas... Ähm, der Dopp-LP, ähm, der ist zurzeit im Urlaub. Ja, das Urlaub ist was ganz anderes. Wer ich ja auch erst, soweit ich es gesehen habe, müsste zu kommen. Wegen der hat da die Lobby gebaut, aber er baut, wenn er aus dem Urlaub wiederkommt. Baut auf jeden Fall, wegen ich habe mir den privat geschrieben, auf jeden Fall. Ja, weil du hast auch einen Server-Relief und ohne Bilder werde ich den Server-Relief nicht einhalten, bevor er wieder alles auf mich zurückfällt und ich daran dann unterm Strich... Jetzt ist er weg, ist mir auch egal. Ne, das muss er, das ist ja nur erstmal so, Pi mal Daumen, es kann sich verschieben, je nachdem wann du fertig wirst, ne? Das, wenn das in drei, vier Monaten dauert. Ja, bloß, ähm... Deswegen du bist ja mit auch, ne? Wenn alles an mir hängen bleibt, äh, ähm, äh, Tobi wollte auch, äh, wie heißt denn das, äh... Am, am vierten kommt er. Ja, Tobi. Mhm. Ja, weil der wollte schon, äh, ne ganze Weile auch, äh, 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 Permissions-Explug-In richtig machen, dass man davon ein Backup ziehen kann, da hat er auch einen Haufen Scheiße gemacht, ich bin mich einfach verarscht von allen, weißt? So, äh, 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 äh... Ja, weiß ich, aber... Ich weiß nicht, was hier los ist, ich weiß nicht, was gemacht wird und 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 ja. Was sagst du jetzt dazu? Scheiße, ne? Ich hab dir aber auch noch was dazu zu sagen. It's a fucking prank fun! Du bist so ein dreckiger Arschloch. Du bist so ein dreckiger Arschloch. Du bist so ein dreckiger Arschloch. Du bist so ein dreckiger Arschloch, Alter. Ich war kurz davor zu... Ey, mir kamen schon die Tränen, ey. Ganz ehrlich. Ich war kurz davor. Sag hallo, YouTube. Abonnieren. Hör mich. Leute, das war's mit dem Prank. Ich hab's euch gesagt. Ich krieg's dran. Ich hab's euch versprochen. Leute, wenn's euch gefällt, gebt einen Daumen nach oben. Passt kalt. Neue YouTube. In der Videobeschreibung verlinkt sein. Wie gesagt, wenn's euch gefällt, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, gebt ein Abo. Lasst ein Abo da. Man sieht dich. Bis demnächst. Ciao, ciao. Oh.